Ist ja jetzt Baba, na gut, ich nehm die Uhr, aber wo ist bitte Mama? Baba sagt, ich soll in die Schule gehen, Baba sagt, nach der ersten Rasur bekomm ich eine Uhr. Da sagt Baba, ich bin noch kein Mann, Baba, ich sag dir, auf was du verstehst, Baba kommt, Baba geht. Ach so, wie spät, dieser Rapper ist behindert, naja, vielleicht bin ich ja der Vater mit den Kindern. Ich gehöre im Kindergarten und bin kein Mann, vielleicht weil ich kein Panzer fahren kann. Eine Mannschaft hab ich auch nicht, ist das für dich männlich, ich steh ja alleine da, ist irgendwie klar. Rapper, die vom Sozialamt leben, sollen die lieber Drogen verdicken und nehmen. Geht arbeiten, richtig so, ich kann ja putzen die restlichen Klos. Baba kommt, Baba geht, ich nahm im Kindergarten die Stützräder ab, stell dir vor, mit sechs fuhr ich Fahrrad. Mein eigener Vater, mit 17 zog ich aus, der sagte dann, für dich steht die Tür immer auf. Ja, richtig, ich stellte die Beine nicht mehr unter seinen Tisch, ich machte das, was ich dachte und lernte ein Handwerk. Richtig, mittlerweile hab ich meinen eigenen Tisch, Baba kommt, Baba geht. Jetzt sag ich dir was, selbstständig zu werden und dabei Unterstützung zu geben, darauf kommt es an im Leben. Baba kommt, Baba geht, verdammt, verdammt, Erziehung ist wichtig, richtig.